Yo, moin Leute, was geht ab? Zurück im Azurierwald, nachdem wir den Käfertypen platt gemacht haben. So, als nächstes geht es weiter gegen Youngster James mit seinem Sixy Goon und wir bleiben natürlich bei unserem Killava. Und dass wir in Richtung Level 36 gehen, um dann Stuff zu stuffen. Richtig? Richtig. So. Ja, so James war defeated. Ich habe aber jetzt schon wieder das Gefühl übrigens, dass auch der Wald hier ganz anders gemacht wurde, als er original war. Weedle! Ach nee, ich sag nicht Weedle. Also, Caterpie! Ah! Englisch Skills mit Pokémon-Namen sind auf jeden Fall gegeben. Fick dich weg, Caterpie. Caterpie, Caterpie, egal. Caterkuchen. Ich hasse Wild-Miss-Kämpfe. Noch ein Raupi. Raupi! Denn, Schatz, in der zweiten Generation konnte man die Pokémon noch nicht im Gras sehen. Ja, oder wie in diesem Fall Wald. Was? Nieklar ogieto, wido, wido, wido. Was denn? Gestört war dumm. Na toll. ja für für dran lassen auf keinen fall also wenn man die beiden dann die bergbecken der serie ist doch auch mal peri appreciate i want you to have this hr heute hier haben wir kraft jetzt mit kraftieren so was kann man machen also beziehungsweise wo können wir karte einsetzen beziehungsweise wem können wir karte geben content karte pokémon karte da gibt es meis da kriegen wir jetzt darauf freue ich mich auch schon hoffentlich aber erst mal wieder ich bin immer mal leute wo wir am 24 sind jetzt immer stehen the forest protector du 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 have you heard of the legendary pokemon that lives in these worlds ja das habe ich schlampe sara geh mal weg mit einem butterfree butterfree so let's use ember reiß nice leute nice leute last sara was defeated ich hasse wildniskämpfer wird doch schon mal gesagt fickarsch zu bad so und leute ihr kennt das ja wenn ich immer nicht weiß was ich sagen soll dann verweise ich grundsätzlich gerne auf meinen stream sowie auf samstag sei auf jeden fall wieder am start ab 19.30 spätestens wenn meine freundin hausaufgaben macht und ich streame also sie macht meine hausaufgaben logischerweise und ich dann streame dann könnt ihr auf jeden fall dabei sein zumal ich habe diesen wald gar nicht mehr so lange in erinnerung ich dachte er wäre das ist im bright power keine ahnung ich hasse wildniskämpfe ich glaube ich muss manchmal schutz schutz aneignen ich habe seit drei folgen habe ich langsame animation aber ich kann sehr viel schneller so sparen wir eine menge zeit leute und die hat ein loreblatt und ein zigzags so raus aus dem forest komm vogel catcher komm vogel catcher ich weiß dass du es willst okay dass das ist dann der sound ist schlimm tut mir leid dass das tue ich euch nicht an doch tue ich aber immer nur kurz dann ist es noch schlimmer oder vielleicht sollte ich doch weihnachtsmusik hinterlegen oder einfach normale pokémon musik und dann kann ich das hier machen komm fett komm fett das nur komm du auch noch jawoll manki dick da und die auch noch trassler trassler ok trassler ok dieser sagen okay was haben die denn für pokémon nein nein ich gebe dir nicht meine nummer vielleicht jemanden anders anschlafen noch mal gucken was hier denn für pokémon rumlaufen traumatik traumatik drowsy drowsy ich dachte schon etwas cooles hier oben ist der policeman hey mr policeman i don't want no trouble just gonna grab my diggly down to the floor so here we go this is toast der das ist so wow jetzt und ist genau wie die 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 Any time, anywhere, would you like to take the quiz, of course. Is Matteo the creator of this Pokémon hack? Yes! Lieber Matteo, auf jeden Fall dicke Props an dich. Dude, Sixtagun lived on Route 29. Yes. Sixtagun lived everywhere. Question 3. A Glacier native to the Kanta region? No. Glacier kommt aus der, äh, aus der, ich weiß nicht was für region. Was Pokémon Red released in the US in 1989? No. Was? Yes, it was? Nein! Fuck. So, machen wir jetzt mal schneller. Yes. Yes. No. Yes. So. Flannery is a very popular Gym Leader these days. Is a Gym found in Golden Road City? Yes. And no. So. Kann ich jetzt da rein? Bitte. Bro. Darf ich? Sorry, visitors are not allowed. Blah, 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 blah. Okay. Oh my bad. Didn't mean to run at you like that. I'm just all frustrated because Whitney refuses to endorse our new Pokémon Gym as being official. Okay, machen wir. Aber erstmal möchte ich da rein. So, machen wir erst die hier. Azadeh. 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 A Linuun. So, der Kampf war ja very challenging auf jeden Fall. So, nehmen wir die nächste noch mit Vor der Levels, vor der Kids Mao Z Mao Z Kampf vorbei Das war falsch So, die Schnecke will auch noch gegen mich kämpfen Na, aber Jigglypuff, Jigglypuff, Jigglypuff Und zwar Brr Took Potions from Sixth Gun So, Leute, und jetzt der All-Time-Favorite Klee-Fairy Ist okay Und da kommt Miltank GASP GASP Eeeeeeasy Also, Leute, ein bisschen stolz bin ich jetzt schon auf mich Ich hab die alte First Strike gemacht First fucking Strike, dude Alter Macht das erstmal nach Macht Das Nach Okay, ich glaube, ich lasse die Fast Forward Funktion jetzt aber sein, weil Äh, wo war das Dojo? Ich glaube, ich muss aber erstmal mal hier rüber Ne, oder? Slowpoke Slowpoke Was war denn hier überhaupt noch mal? Hier ist es Coin Carries? Licking, licking Potion And another one And another one Grimer So, wo komm ich raus? Danke, danke fürs Heilen So, gehen wir ins Dojo, Leute Geh mal ins Dojo Ist hier das Dojo? Bestimmt Nein, hier ist der Fahrradladen Geil, geh mein Fahrrad Geil, Alter Ich hab ein Bicycle, Alter Bicycle So, jetzt geht vieles einfacher und schneller So, jetzt muss ich nur noch das Bicycle Wo haben wir es denn? Da haben wir das Bicycle So Wo ist denn jetzt das Dojo? Ist das denn das Dojo? Nein, das ist Das ist die Münzwelle Ist das das Dojo? Das ist das Dojo Es ist einfach so tempting diese Fast Forward von 2010 Krabby, Krabby, Krabby Psydux 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 Äh Baldorfisch Tyra Krogg Okay, jetzt hab ich ein Problem Okay, Leute tun wir so als hätten wir das nicht gesehen der typ ist aber okay ok leute wir müssen uns sagen unser trumpf ausspielen ja nun unser problem mit sein dass wir tot sind ich sehe ich sehe das problem ok planen wir gehen in die nächste stadt wir nehmen kampf mit und machen das später noch mal das ist jetzt mein dicker plan der auf jeden fall aufgeben will hier keiner von den beiden die mich kämpft und dann so level 31 flammel guck wir kommen der sache schon näher das ist ein fucking rehorn das ist ein fucking taurus als ob man in dem park kämpft leute bitte so was haben wir hier haben wir irgendwas neues vor unserem sammlung bitte 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 und ich hab' schon abgucken yo, Fettzock Rachel So Leute, erzähl dir mal den Saint-Skill, was für eine Orientierung ich in diesem Spiel habe. Denn ich habe keine Ahnung, was hingeht. Ich gehe einfach auf Gut-Glück, ja? Nehme natürlich jeden Kampf mit. Also dementsprechend gibt es Gen 4 auch noch hier drin. Das ist ja... Das ist cool. Okay, das war anscheinend Wrong Way. Gut, gut. Nidoran, cool. Mir wurde gesagt, ich soll das catchen. Ich denke mir so, nö. Ach, guck mal, jetzt bin ich wieder hier. Ah, guck mal. Kann ich hier oben vielleicht in eine andere Richtung raus? Nach links oder so? Kann ich nicht. Das ist belastend. Ich bin absolut lost, Leute. Ich bin lost. Ich habe no clue where to. Ha! Ach, hier ist nicht mal ein Item für mich. Was ist hier drin? Und wieder die Strecke hier runter. Ha! Ja, cool. Cool Story, Bro. Na, guck mal. Jetzt komme ich vielleicht. Ah, vielleicht, vielleicht. Nein, schade. Jo, Omi, Omi, was geht? Warte mal, habe ich nicht eine Karte? Die Antwort ist, nein, ich habe keine Karte. Meine Reaktion darauf, das ist verdammt traurig. Äh. Hi. Leute, ich muss mich gerade mal, ne, Trainable einloggen, erkennt er, erkennt er das. Okay, cool. Cool, sorry, Bro. Weil, achso, Leute, passt auf, wir machen es folgendermaßen. Ich gucke, wo ich jetzt hin muss. Und dann machen wir das in der nächsten Folge. Also, ne, bis dahin, ihr kennt das ja. Ihr lasst einen Daumen da, ihr lasst ein Abo da, damit wir dieses Jahr noch die 500 knacken. Und ich bedanke mich bei, fürs Zuschauen, war gut. Peace out. Und ciao.